Yay! Ich bin da! Ey, ich muss auch wieder im Internet zugriff. Internetzugriff? Achso, weil ich das Spiel auf einem anderen Fest. Ja, ich hab heute mal gestern Abend noch mal bisschen komisch herprobiert, weil das geht mir so auf Eier, wenn das Spiel abkommt. Okay. Ich höre nicht mehr, schön. Hä? Ich höre nicht mehr. Weiß ich nicht. Bei mir ist gerade hier voll die Kampfmusik. Der Kritiker hat die Zeichen gep... Nutzer seine... Ah, die Zeche geprellt, die Zeichen. Hat die Zeche geprellt, nutzer seine Rezession um ihn aufzuspüren. Okay. Und wo ist das? 55 Meter da hinten. Sag Bescheid, wenn es läuft. Los. Hey, los. Hier unterm Tier ist was los, ey. Ist Ruhe. Wir haben ja gerade die eine Nebenmission noch am Laufen, die können wir ja noch fertig machen und dann können wir in die Story Mission gehen, oder? Ja. Wenn lockst du denn schon wieder hier alles an? Dann kommt man hier unterm Tier, was da los ist. Achso, ja, wir müssen... Na ja, gut. Wenn wir dann langlaufen können, können wir da auch. Wir wissen ja die Richtung. Ich will nur mal gucken, was hier los ist. Ich will nur mal gucken. Ich will nur mal gucken. Nur mal anfassen. Boah. Ich verbranke halt. Nein, nicht. Oh, da kommen wir nicht weiter, ne? Ne. Oh, hier ist eine rote Kiste, die nicht aufgeht. Toll. Boah. Die Sonne ist natürlich krass. Ne, wir kommen hier nicht weiter. Boah, Alter. Die Schlagringe sind mal gut, ey. Leck mich fett. Boah. So. Hier noch irgendwas zu mitnehmen. Jetzt müssen wir da oben lang. Total langlaufen, oder was? Schneller meinste? Hä? Wieso? Das heißt doch hier oben an. Ne. Ist auch auf dem Hazard. Ist alles schlecht, weil mir hier oben ist. Stimmt. Alter, der prügel ich die Zähne aus dem Maul, ey. Da rechts, links irgendwo? Wo war das jetzt? Ne. Hä? Der hat sich ja sehr schön geprägt, ne? Seine... Also es ist genau hier, wo ich jetzt stehe. Seine Rezession. Hä? Wo kommst du denn her? Das war genau hier. Das war genau hier. Also wenn du auf die Karte guckst, das ist genau... Ach, wahrscheinlich müssen wir hier... Ja, also muss diese Umgebung rumpuppen. Was ist seine Rezession, um sie auch zu... Okay. So, Oli war's auf die Fresse hier. Oh, alle gehen in die Schnauze hier, du kleine Häste hier, du... Voila. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin hier. Ich glaub, dass sie mich hier drin lassen lassen. Okay. Geile. Oh, da ist die Schreie weg! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hau ab! Deine Schnauze! Hey, du! Hör auf, mich anzufassen! Oh! Die ist mal Geschichte, wa? So. Was? Deine Aufgabe, YouTube blöd rumzustehen, du... Sag mal... Ist hier irgendwie ein Heim für schwer Erziehbare oder was ist los mit euch? Oh nein, X wollte hier wohl die Taschenlampe anmachen. Hör doch jetzt auf! Boah Alter, wir hauen die immer ab. Eine Rezession, wo sollen die sein? In einem Spielautomaten kann man spielen. Oh, hier ist ein Militär. Wartet doch. Hä? Keiner hat auf Schießen gedrückt. Manchmal, ne? So, ich habe ja nur so einen schönen Hammer. Oh, ich habe hier was gefunden, Frosty. Also jetzt nicht für die Quest, aber so ein Buch hier. Oh! Ich habe eine Granate weggeworfen. Jawoll. Hier waren wir nicht gerade. Hier liegt eine Knarre. Oh, Alter, was ist? Schrotflinte. Was war das hier? 355. Was macht die Schrotflinte? 306. Was ist das hier? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ah, verfügbare Quests, Flaschenpost. Du kriegst anzeigen. In der Nähe des Piers hast du am Strand eine Flaschenpost gefunden. Es war keine Schatzkarte darin, sondern ein Hilferuf. Ein arroganter Restaurantkritiker hat sich in einem Lokal am Pier verschanzt, wo er nun hofft, dass den hungrigen Horde gerettet zu werden. Die Hell, ey, unsicher machen. Die Hell, ey. Achso, unsicher machen. Achso, also der ist in einem Restaurant. Das ist das Restaurant da vorne. Das ist doch hier. Das ist hier der Bucketfish. Das ist der hier. Das ist der Fischladen hier. Ja. Was tut er? Wir haben eine Schreierin. Ich hab' gesagt, du sollst hier mit Fremden spielen. Ja, mach. Das ist wohl im Karton, hab' ich gesagt. Die Schreierin schläft auf einem roten Teppich. Wo ist das, was wir wollen? Direkt geradeaus. Wir müssen da mal rein. Wir haben den alle wieder Helder. Also, hier waren wir schon mal. Ja, hier waren wir schon mal vorher. Ich hab' dich nicht eingeladen, Frau Barton. Hier ist das First Aid Kit, da hinten ist ne Truhe. Also, dann muss ich... Oh, oh! Warum? Fass die Jagd alles in die Luft. Du hast die Kiste da angeschlagen. Äh, die... Ich hab' überhaupt nicht geschlagen. Ich hab' überhaupt nicht geschlagen. Okay. Aber da muss ja hier irgendwo sein, dann haben wir den... das letzte Mal hier irgendwo übersehen. Bisschen eklig. Bisschen eklig. Bisschen eklig. Bisschen eklig. Oh no! Das rappelt im... karton, tong, tong, tong. mell, dann ist der doch da drinnen, oder? Aber hier waren wir ja schon drinnen, ne? Hier waren wir ja schon drinnen. Was ist hier? Waffe. Kantana, schlicht du hier. Hä, Kantana? Hab ich nicht gesehen. So, jetzt haben wir hier einen Unterschlupf gefunden, ja, aber... Also ich höre auf jeden Fall was. Hä? Ne, hier unten kann es nicht sein, weil hier unten zeigt die Quest nicht mehr an. Das muss irgendwo drin sein, aber wo? Anzapfen, das hast du gefunden. Orts auf dies. Hä? Gibt es noch einen anderen Weg hier irgendwo? Hä? Aber da stand doch in einem Restaurant. Gibt es hier noch einen Eingang? Hä? Ach, da drin ist noch eins. Da drin ist noch ein anderes Restaurant. Oh, da ist ein großer Ei. Ja, da würde ich jetzt aber nicht so einen Döckenmax hier machen. Wer ist denn mit dir? Aber so nicht, Freundchen. Ist der schon tot? Was tut der eine Schrotze? Ein Sturmgewehr. So. Wer ist tot? Ist genau auf der... Hä? Hä? Ist das hier vorne irgendwo, oder was? Der Hockey-Football. Der ist auf der anderen Seite. Wir müssen auf die andere Seite rüber. Da zeigt es an. Hä? Wie geht's nicht rüber? Hä? Ich checke's nicht. Ganz im Ernst. Kommen wir von der anderen Seite da noch irgendwie hin? Siehst du irgendwas in dir, ne? Achso, warte mal, stimmt, man kann doch hier durchs Haus gehen, vielleicht kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Jetzt ist doch die Spilo hier wieder. Jetzt stehen wir hier wieder vor der Spilo, jetzt stehen wir wieder genau in dem gleichen Scheiß hier. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es überhaupt gerade nicht. Ich habe völlig Lust. Hi girls. Oh, ein Inferno verbrannt, äh, ich rufe. Oha. Ähm. Dote. D.O.D. Ach, ey, das ist doch ein Scheiß. Wollen wir die Quest einfach sein lassen, oder? Machen wir die Hauptquest weiter. Das ist ein Schwachsinn, ey. Was ist die Hauptquest? Weiß ja da keiner. Das ist auch noch ein Grundstück mit dem Sound. Das Bier. Mann, hier müssen wir doch... Hier müssen wir doch die Tochter retten. F1 Quest anzeigen. F1... So, beherbergt das berühmte, genau. Und da müssen wir ja die Tochter suchen. Verfügbarer Quest, such nach der Wahrheit. Verfolge T-Shirt. F1 Quest anzeigen. Verzeigen. F1 Quest anzeigen. F1 Quest anzeigen. Dann braucht man schnell... Woh, wo sind die Werkbahnen? So. Ja, man fand. Achja. Da gibt's auch einen Weg. Wegpunkt hier, einen Reisepunkt. Hören wir jetzt zurück. Dadadaaa. Die Scheiße ist nicht gefunden, ne? Welche Rezession, ey. ein schön großer wenn schon viele pumper hier am strand ich habe keine zeit hallo was ist denn hier los sind hier so viele leute da nee warum auch springen du also manchmal aber sowas von rechte bis bei der werkbank da bist du beim händler beim händler ich habe zwei schrotflinten und sturmgewehr wenn du willst warst du alles ach nee das war ein sturmgewehr halt stopp naa i noticed my sound nuts but are you the same person i saw charging off towards the pier right before it collapsed yep that was me i killed a freaky murder clown over there zeke right what's your story nothing wild was holding up looters Was ist das hier? Automatisch. Okay. Ist ja auch eine geile Waffe. So, das war eine 82 und das macht halt nur, ich hab schon eins mit Säure, Schatz. Ich bräuch' Feuer. Diesmal hat er nichts mehr von Null. Der Assi. Die ganzen Müll aufkaufen. Nimm ich voll. Schwarzpulver geht nicht mehr. Aber Kleber geht noch. Sehr gut. Dann... Okay. Okay. Ich muss mal ganz kurz weg. Ich bin in einer Minute wieder da. Okay. 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 Wir müssen raus, lieber Klaus. rein. Okay. 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 Oh, was ist denn hier? Hey. Hey, er ist wieder da. Wow, schon wieder einer! Hä? Hä? Das ist ja geil. Was ist denn hier? Ah! Oh, was ist denn hier? Alter, was ist hier los? Kurze Eskalation hier. Wahnsinn. So, was habe ich hier für eine Karte? So, wie lang müssen wir? 70 Meter. Ist jetzt schon Blut? Das ist nie so gut. Wo läuft der hin? Schon wieder so ein Typ. Jetzt sind ja nur noch so Typen hier. So, und jetzt? Müssen wir da vorne irgendwas suchen? Das ist irgendwo rein, ne? Aua. Hey. Hä? Hey, da. Hey, da. Ich hab auch keinen Kopf mehr gehabt, ey. So, geh zum Apartment 2C. Okay. Dann lass uns... Hallo! Oh Gott. Huch. Jetzt kommen sie, ne? Was ist denn hier los? Bleib sitzen! Apartment 2C. Wo ist das? Ist doch bestimmt da, wo wir auch schon mal waren, oder? Sitze ich. Oh je! Warum haust du denn? Oh Alter, der hat mich getötet! Wie stark ist denn der bitte? Kann ich Hilfe bekommen? Mh... Äh... Einiges aussehen, schade. Alter! Ich hab doch jetzt, ey. Ich bin 21. Alter! Alter! Hallo! Ich bin jetzt hoch, Mann! Hau ab jetzt! Alter! Ich bin auch hoch! Alter! Was ist mit dem? Dann knall ich einfach ab jetzt! Dann knall ich einfach ab jetzt! Bin zu schnauze voll! Sind einfach aufgeknallt, die Sau! Oh! Was riecht denn hier? Was ist da hoch? So! Genau gemacht hier! Ach, der war was Wichtigeres, weil der einen Schlüssel hatte! Der hatte einen Schlüssel! Und hier lagen wir! Und jetzt? In die Richtung schon wieder! Da sind wir doch gerade hergekommen! Und... Auf die Füße! Der blutet ein bisschen aus den Füßen! Oh! 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 Du hast da was an der Schulter kleben! Und was die das jetzt hin? Was squallt nicht weg! Jawohl! Sie... Maschine! Hä? Wer kommt der denn her? Der Hausmeister Krause hier. Ah! Noch jemand ohne Fahrschein? Hey, wir haben irgendeine Infektion. Irgendwas haben wir gekriegt. In einem Bauplan. Hast du mit dem Bogen geschossen? Bis zum nächsten Mal.